Hallo, heute geht es weiter mit Curbys Funpack und wir spielen heute das Spiel Dynablade durch. Dynablade zerstört alle die Felder. Sie muss gestoppt werden. Meistere alle verschiedenen Fähigkeiten und vernächte sie. Ich hoffe, ich habe das irgendwie richtig gewusst. Dynablade. Ich hoffe, diesmal klappt es. Diesmal hast du ihn eingedrückt. Zuerst, wie wir uns die Aufnahme versaut haben, hast du noch auf Ja gedrückt und es kommt trotzdem. Ja, ich verstehe das nicht. Ich drück in den Start. Gut, also wir machen mal das erste Level, wenn ich reinkomme. So. Komm, saug den Gegner ein, aber nicht Sir Kibbel. Ich mag Sir Kibbel nicht. Warte, irgendwie lagts. Total, warte kurz. So, jetzt geht es flüssig gut. So, du bist Sir Kibbel. Das ist irgendwie Tyrannei. Schon, ne? Das ist Diktatur. Okay, ich bin ein Regenschirm. Ich bin lieber Sir Kibbel. So, komm mal, warte, du mit Schirm. Stirb besser. Okay, den hätte ich nicht töten sollen. So, wir laufen weiter und weiter. Ist das eigentlich gay oder ist Kirby ein Mädchen? Keine Ahnung. Ich meine, er ist pink. Oder sie. Irgendwie. Ich glaube schon, dass es ein R ist. Ich will keinen Regenschirm. Ich will was cooles haben. Kirby war ja eigentlich nur ein Testobjekt, das sie dann eben zum Protagonisten ernannt haben. Ja. Ja, nein. Gib mir ein Schmaß. Ja, danke. Die Kraft der Liebe rettet uns. So. Es geht durch die Tür und was erwartet uns hier? Bomben. Bombs. So. Oh shit, das hätte ich nicht machen sollen. Warum hast du das Leben eingesammelt? Weil ich extra Leben brauche. Ist ja sowieso egal. Ja, du brauchst extra Leben. Ja, ich brauche extra Leben. Gib mir ein Schmatzer. Und tot. Nice. Gutes Teamwerk. Hey, du kannst mich hochheben, das wüsste ich auch. Ja. Du musst dich da einfach irgendwie ranschmeißen oder so. Ich habe vergessen, wie das geht. Das ist glaube ich einfach, wenn du nicht... Warte, weiter oben, weiter oben, weiter oben. Ja, ich weiß, da oben ist noch irgendwas. Ich kann nicht höher fliegen. Ho, 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 ho. Diese Gegner gab es ja, soweit ich weiß, in Super Mario Land 2 dann auch, oder? Diese Stachelkugeln. Es gab sie auf jeden Fall in Link's Awakening. Ja, war es aber in Kirby-Kanal. Da gab es auch den bösen Kirby. Vielleicht sind es in Super Mario Land 2 auf dem Kirby-Kanal oder so. Keine Ahnung. Ich bin Link's Awakening, dann kannst du auf jeden Fall... Hey, willst du ein Waladoos sein? Oh, ja. Rob. Ich bin blind. Aber ein Auge hast du doch nicht. Ja, ich bin halb blind. So. Oh, gib mir ein Schmatzer. Komm her. Du triffst mich irgendwie nicht. Ja. So. Rage. Irgendwie liegt das nicht. Oh, warum bist du nicht? Keine Ahnung. Wir haben zu lange gebraucht. Jetzt müsste ein End-Boss kommen gleich, oder? Kommt ein End-Boss? Nein. Äh, Mini-Boss, nicht End-Boss. Wow, wow. Und da ist die Kuhbär. Mangbär-Schwein oder so irgendwas. So. Mähnbär-Pick. Muah. Und noch eine Tomate. Warum küssen wir uns, wenn wir eh voll sind? Ich check das nicht. Okay. Weil es so schön ist. Hat Walado überhaupt einen Mund? Keine Ahnung. Mein Mund passt halt wie die Faust aufs Auge. Ich geb dir gleich die Faust aufs Auge. Hey da, da, da Maxi Tomate. So, wir sind wieder voll. Und so gibts eigentlich die Punkte in dem Spiel. Und wir vernichten den Koch. Da gibt es eine ganz coole Folge bei Kirby Superstar. Selber. So, ich will Koch sein. Ultrasmash. Ultra. Und wir kochen da und es leckt. Aber das ist glaube ich, weil das so viele Sprites sind und nicht wie ein Fraps. Und wir kochen, was uns viel bringt. Wieso bin ich nicht gekocht worden? Cool. Weil du nicht gut schmeckst. So, wir sind im Ziel und jetzt kommt so eine komische Kanone. Ja, ich bin voll. Bist voll behämmert. Ha, ich fliege weiter. Oh mein Gott, ich habe es über den Einzel geschafft und bekomme drei Leben. Ja, geil. Was eh nichts bringt, weil das Spiel so leicht ist, dass man eigentlich nie Game Over wird. Außer du vielleicht. So, okay. Dann machen wir mal die Welt. Ich glaube, da gab es ja einen geheimen Schalter. Ja, da gibt es einen geheimen Schalter. Oh, ich habe zwei gleichzeitig aufgesagt. Was bekomme ich? Beam. Was ist denn da für eine beschissene Musik? Deine Mutter. Der war schlecht. Den Checkcamp hätten wir auch aufsagen können. Ich gehe da rein. So, hier komme ich in so einem Meta-Night-Camp-Fall. Ja, die bist du. Das ist schon wieder eine Falle. Sind wir letztes Mal auch drauf reingefallen. Ja, aber es ist lustig, die fertig zu machen. Ja, weil die keine Chance haben. Ja, ist ja voll lustig. Baff. Hey, gehen wir nochmal in dieselbe Tür. Spinnst du. Das ist nur Zeitverschwendung. So, hey. Der hat überlebt. Cool. So. Die Bombe da unten bekommen wir schon noch. Irgendwie. Ja, das hat das Mal auch nicht mit dem Strahl hingehauen. Warte. So. Hahaha. Bin ich gut. So, rein damit. Das Zeug muss nach oben. Hey, ein Ninja. Und ich falle weiter. Und ich bin irgendwie immer noch fett vom Wochenende. So, jetzt bin ich. Willst du ein Ninja sein? Ja. Da. Ja, Biospark. Hast du jetzt, was du willst? Ich will auch ein Ninja sein. Ninjas sind cool. Ja. Biospark. Hat das was mit Bioshock zu tun? Keine Ahnung. Wir spielen jetzt Naruto, denn wir sind viel cooler als Sasuke. Irgendwie, warum heißt Naruto eigentlich Naruto, wenn es ständig nur um Sasuke geht? Ich verstehe das nicht. Na ja, ich kenne mich bei Naruto sowieso nicht aus. Ich bin mehr der One Piece. Ich kenne... Oh, warte, warte, nein. Den Spiegel brauchen wir. Damit wir die Bombe da unten befreien können. Also ich kenne nur das Hentai no Jutsu. Ja. Du, ja. So, und hier haben wir den Schalter, der uns das geheimen Level öffnet. Woff. Woff. Welches übrigens nur dazu gut ist, um Fähigkeiten aufzusammeln. Ja, wir schauen trotzdem mal rein, um es den Zuschauern zu zeigen später. Hey, ich kenne einen Ansprung. Ja, das kann ein Ninja eben. Was man irgendwie nix bringt, weil wir eh fliegen können. Hey, da unten war Essen. Hey. Ah. Kann ich nicht noch... Nein. Da, jetzt bist du im Spiegel. Ja, ich bin Vivi aus Final Fantasy VIII. Ich gebe dir gleich Vivi aus Final Fantasy VIII. So, und rein mit uns. Und, wo komme ich hin? Oh mein Gott, in so ein Shit-Dings. Ich bin nicht da. Oh, Mann. Ich bin nicht da. Ich bin nicht da. Da bist du da. Ich bin nicht da. Hier bei den Kokosnüssen bräuchte man einen Schirm, dann ist man vor den Kokosnüssen geschützt. Hast du das gewusst? Oh mein Gott. Wie kannst du so etwas nicht wissen, Karl? So, und weiter geht's mit dem Warp-Brill. Dann wissen wir cooler als cool. Hey. Du bist ja schon wieder fast tot. Ja, und? Kann nicht werden. Ja, toll. Nur weil ich dich immer rette, so. Yeah, ich bin Poppy Bross Jr. Bist du nicht. Und jetzt lass mich dich reiten. We're on the road again. Okay, und jetzt steuert Bensi das ganze Spiel. Das kann pervers. Lass mich dich reiten. Ja, warum glaubst du, habe ich das gesagt. Ja, das war doch so klar. Warte, 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 warte kurz, warte. Hüpf raus. Okay, das war jetzt irgendwie krank.